Informationssysteme sind bestimmt durch Wandel und die technische Plattform muss diesen Wandel mitmachen. ClickView ist solch ein technisches System, was den Wandel mitmacht. Mein ClickMoment ist die technische Faszination von ClickSense, Informationen aus verschiedenen Quellen zu aggregieren, um diese zu nutzen, um wichtige Entscheidungen im Geschäft zu treffen. Mein ClickMoment des Tages heute war der Ausblick auf den Data Market, das heißt, externe Daten in die eigenen Unternehmensdaten zu integrieren. Darauf freue ich mich mit Sicherheit am meisten. Hallo Click, gute Veranstaltung, vor allem auch die Neuerungen zu ClickSense. Sehr interessant, die ClickCloud-Lösung. Mein ClickMoment auf der diesjährigen Visualize Your World war der sehr charismatische Vortrag von Donald Farmer, der uns als Partner inspiriert, ClickSense zu implementieren und zu verkaufen. Mein ClickMoment war die super Präsentation heute Morgen, sehr aufschlussreich. Und ich werde wiederkommen. Mein ClickMoment heute war das unverhoffte Treffen eines alten Kollegen und Wegbegleiters, eines Consultants, der mir vor drei Jahren ein ClickView-Training angedeiht hat und mit dem ich dann erfolgreich in ein großes Projekt gestartet bin. Mein ClickMoment ist natürlich, wenn die Leute bei uns am Stand stehen und mir beim Zaubern zuschauen uns erstmal nicht Click macht, weil meine Prozesse erstmal undurchschaubar sind. und mit dem ich fordereisen bin, Die Leute bei uns aus dem, war die Leute bei uns auf der Website